hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel King of Avalon ich werde es mal starten das haben wir ja gestern auch schon gespielt dann schauen wir mal ob wir heute ein paar mehr Dailies haben als gestern erstmal gehen wir auf die ganzen roten Punkte schauen was man da einsammeln kann dann haben wir noch hier unten die Post ja ich habe jetzt gerade ein Update runter gezogen der hat sich aktualisiert und ich glaube wir bekommen jetzt erst mal ein paar Sachen die wir ja gesehen haben in der Nachricht wo sind die Sachen falsch abgebogen da ist Post das ist Stream ja die Helden ja dann werden wir mal ein paar Helden aufleveln nur auf Level 1 hm das war ja wohl nichts mit aufleveln oh unser zweiter geht auch noch wie lange geht der noch 37 Minuten du hast du sheen verbrecht? das ist ja die 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 Technische Quest, da ist sie, also dreimal ein Gebäude aufwerten. So, machen wir einmal mit denen Gebäude aufwerten, das Hauptgebäude und hier machen wir jetzt einmal die ganzen Kleinen, verbessern, beschleunigen, verbessern, beschleunigen, ja, damit haben wir schon mal die eine Quest fertig. Eine Quest fertig, gleich zwei Thronen öffnen, das ist ja mal cool. Aber hier führt einmal eine Forschung durch, also dreimal. Drei Forschungen, das war denen so lange noch irgendwas bauen, was kann er denn bauen? Eins, zwei, drei, vier, die vier habe ich alles. Also, nein. Wer braucht der hier? Verbessern? 17 Minuten, ach, das passt doch. Da habe ich den auf Level 8, so wie den hier auch. Die sind 5, 8. Kann ich den nicht verschieben? Schade. Na gut, Forschung. Forschung, drei Stück. Wir gehen erstmal auf Entwicklung. Bauen. Beschleunigen. Benutzen. Benutzen. So, er ist fertig. Forschungsgeschwindigkeit. Jawohl. Aber auch gleich mit. Und. Fertig. Das waren jetzt drei Vorschulen. Es würde also heißen, die Lady ist fertig. Jetzt habe ich noch fünf Monster angreifen. Jetzt müssen wir die Truhe hier öffnen. Schauen wir, was hier drin steht. Monster, Monster sammeln. Ach, hier muss ich Nahrung sammeln. Ecke Steine. Ich habe Null. Geht mal nichts. Da geht mir gar nichts. So, dann geht es um fünf Leute angreifen. Oder Monster. 16, auch ein bisschen groß. 13, 1, 12, da, 8, da. Oh, ein Dreier. Das ist doch. Es folgt sich. Überall so fette Monster hier. Level 19, 18, 13, 12, 17. Aber die Gebäude, das Holzholen, Level 1, Stein Level 1, Nahrung Level 1, was ist das? Kohle? Das ist voll witzig. Ich bin jetzt im Dreißiger. Verrückt. Verrückt. Haben wir gewonnen? Ja, ist weg. Also, sicher. Haben wir gewonnen. Milzeiholz. Ja. Wie weit geht denn das? Höchstens 8. Okay. Jetzt habe ich ja vorhin schon noch was gesehen. Da unten. 8. Machen wir was suchen. Suche Monster. Jetzt fangen wir eins an. Ich wohne in meiner Stadt. Ich wohne in meiner Stadt. Suche. Oh, okay. So, dass Monster ein Mindestlevel haben. Ich greife einmal in meiner Stadt. Ich greife einmal im Monster. Nee. Ich greife einmal im Monster. Jetzt rechts neben meiner Stadt. Und das letzte Monster. Jetzt rechts neben meiner Stadt. Ich greife einmal in meiner Stadt. Und das ist schon so. Ich möchte es schaffen. Ich bin mal gespannt, ob meine Truppe das nicht schafft. sie über monster level 9 also das heißt ich habe es ja doch geschafft 0 verluste hier war auch 0 verluste 0 verluste der verluste verwundete und machtverlust 504 verwundete 34 aber ich kann jetzt ein paar leute halten das war gar nicht bei questrafter oder heilen ich muss sowieso heilen 5000 ach die macht schon gut alles wieder gut führe einmal forschung durch ja gut das war es dann hier mit diesem täglichen quest erst mal schnell paar königreich quest fertig einmal forschung durchführen ich möchte erst mal die entwicklung da stand ja gerade schon dass er fertig ist das heißt also ich kann sie laufen lassen jawoll bild 200 truppen einer beliebigen art mit level 2 aus das ist level 2 ich mache schon level 3 im besitz 800 stück die sind noch am bauen dann schauen wir noch mal schnell weiter die macht ist wieder da also ich muss wieder jemanden angreifen jetzt kann ich auch 10 angreifen oh jetzt werde ich aber richtig riskant hohe verluste kein problem 11 kilometer wie viel nahrung musste ich denn holen damit ich die eine quest habe 50.000 wie viel nahrung gibt es auf so einem feld infos 20.000 20.000 4 suche feld 14 also ich brauch level 3 suchen farben level 3 3 80 genau hatte ich gerade gewonnen, ich habe gar nicht drauf geachtet ja sicher wer wusste das nicht das war mir doch schon klar warum sollte ich auch verlieren ich oh nehmen wir erstmal nur auf Level 10 weil die anderen also den würde ich auch noch auf Level 10 machen bestätigen egal auf den nächsten Helden 10, 10, 10 auf sie die wir ja erst gestern dazu gekriegt haben bestätigen kein Problem und dann kommt der Deal die wir am nächsten an Level 10 jetzt kommt der Mann hier dran ist ja Kunor bestätigen gut damit fertig ich und jetzt müssen wir noch äh nein nicht da in meiner Stadt müssen wir Leute heilen heilen ich jetzt muss ich nochmal gucken nur 7 Leute berichte es war Sieg über Monster 10 Level 10 genau 5 Verwundete nur so 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 König wir brauchen mehr verwundete Suche Monster Level 11 Level 11 jetzt wollen wir es wissen jetzt wollen wir es wissen bestätigen hohe Verluste gerade waren nur 5 Stück da sind auch hohe Verluste naja was haben wir hier schönes benutzen Verbrauch Verbrauch oh das ist ein Drachen das ist doch das ist doch für ein Drachen Drachenfähigkeit jawohl ich habe eine neue Fähigkeit die ich noch nicht verbessern kann das ist doch was ist das Lord of Stower also Verbesserungen Verbesserungen für den Drachen da auch und was ist das hier für ein Lord Verbesserungen ah wer glaube ich verbessert oh oh vip Punkte so hab ich jetzt gemacht das hier ja hmm hmm ui 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 da haben wir jetzt auch ganz schön viele Sachen zum verteilen Balance was ist Balance Monster Jagd Truppen ok maximal 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 und hier gehen wir auch bis dahin da wir ja wie ist das ist so wie das ist wir das ist wir das ist ein Also VIP ist noch nicht bei mir aktiv. Berichte Niederlage. Ja, ich habe verloren. Endlich. Heilen. Heilen. Kann ich gar nicht so beschleunigen. Schade. Dann haben wir auf jeden Fall die Macht wieder voll. Müsste eigentlich reichen. Infanterie. Beschleunigen. Benutzen. Benutzen. 2.500. Ja, das reicht. Jetzt haben wir die Quest gleich fertig. 2.500 kriege ich. Bin gerade bei dieser Quest. Hier Level 2. Ja, ok. Bisschen doof von mir. Ich hätte die Infanterie weitermachen müssen. Und dann hier irgendwas anderes nehmen müssen. Reiter oder was weiß ich. Für was anderes. Nicht aufgepasst. Einfach nur gedrückt. So wie immer. Was haben wir hier noch. Einmal gratis beschwören. Oh, episch. Jawohl. Das wird ja auch mal Zeit. Wir haben ja schon lange können meine Art. Ich könnte auch einen epischen nochmal beschweren. Hm. Fangen wir mal das mal, oder? Nice, nice, nice. Bestätigen. Und dann können wir hier nochmal eine Male Müsse machen. Und das war's dann auch. Da. Oh, ja. Ich dachte, da wird ein epischer Mann reinbekommen. Hier. Ein epischer Mann. Der epische Mann. Nein. Nein. Wo ist denn der? Welche Position? Da. Diese nimmt er. Und der nimmt diesen ein. Da. 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 Wir haben das gemacht. Jetzt hier. Ein par your Ronene auspacken. Eine Architectsβool Formen. Olha lemonade. Mist. Fertig. Have it? Ich hab nur 22 traffic私. Aaaaah. Aaaaah. Ich sag mal lieber nichts dazu. Verbissern. Oh, die ist schon fertig. Jo, das heißt die Quest ist fertig. Guck mal, jetzt machen wir noch schnell hier. Den hier fertig. Beschleunigen. Bündeln. Noch einmal. Ausbilden. Beschleunigen. Fertig. Und noch einmal Level 2. Ja, ich möchte unbedingt Level 2. Ja, muss noch zu schluss werden. Na. Jetzt haben wir die auch fertig. Jetzt brauchen wir noch 50.000 Nahrung. Das ist ja mal. Halb so schwer. Wir haben mal extra den 3 eingesetzt. Wir besetzen das Ganze. Und ich muss zweimal laufen. Bislang ist er noch jumper am besten. Holz, Geld, was ist das für Angriff? Muss man wohl den nehmen, ey? Essen sammeln, Geschwindigkeit. Wenn die Festung der W10 ist, kann ich zwei Leute mitschicken. Klar, ist das doch mal nice. Na gut, stehen wir erstmal los hier. Das dauert, keine Ahnung, was wir gleich sehen. Aber was habe ich hier noch? Gold. Ich bin reich. Teleport? Brauchen wir nicht. Teleport? Brauchen wir nicht. Stadtstützen? Erstmal nicht. Das auch nicht. Nord? Ausdauer? Nein. Brauchen wir gerade auch nicht. XP Drachen benutzen. Ich kann den nicht hochleeren. Der braucht den nächsten Stern. Drachen, du kriegst den nächsten Stern. Sag mal was. Schauen wir dann dort das. 20 Minuten? Bestätige. Hm? Habe ich jetzt rück zurück gemacht? Oder? Ja, sicher. Das ist jetzt so. Hey, drehe wieder um. Ach Mensch. Und das kommt immer, wenn man nicht richtig liest und einfach nur drücken möchte. Da geht zwar vieles sehr schnell. Einfach nur drücken ganz schnell, ohne zu lesen. Aber vieles ist ja noch scheiße. So wie jetzt. Ach komm schon. Gebe wieder zurück. Okay. Marsch. Wir brauchen hier nicht mehr kämpfen. Weil ich werde ja jetzt Sachen sammeln. Und da ist das dann alles. Es läuft noch 5 Minuten. Ist der dann fertig? Oder macht er den noch zu Ende? Das werden wir gleich noch heraus sind. Ähm. Ich möchte immer das, wenn ich mir das noch anschauen wollte. 500 habe ich in ein paar Sekunden gemacht. Naja, nicht schlecht. Dann können wir hier noch einmal. Einmal. Oder zweimal. Oder dreimal. Mit den Helden lang laufen. Wow. Wow. Wann da. Die Trubel. Dann ist auch noch eine. Noch eine Trubel. Jawohl. Und. Kampf. Ah. Auch Truhe. Dann ist der andere Weg mit dem Monster. Monster. Ja. War ja klar. Ich habe hier. Eine Fähigkeit frei. Hm. Da werde ich gleich mal reinschauen. Wollen. Müssen. Sollen. Tun. Ich bin. Ich bin. Erst auf den. Jetzt auf den. Ich bin. Boah. Nee. Das war ja richtig knapp. Wir werden jetzt mal unseren Helden anschauen. Da er noch keinen weiteren Talentpunkt hat, Geisterfälligkeit. Schauen wir mal rein. Er hat ein Speer. Dann kann ich also alles herstellen, was ich möchte, darauf, Talente, zum Ausrüsten. Das könnte ich zum Beispiel herstellen. Schmiede in 3 Sekunden. Ist glaube ich schon fertig. Ausrüsten. Nein. Ich fange hier drauf. Habe ich nicht gerade was geschmiedet? Schnippchen. Geht deshalb Stufe 16. Oh, die Zeit ist schon abgelaufen. Er macht das Teil noch fertig. Da, Schmiede. Jawohl. Geisterschmiede. Jetzt haben wir die beiden. Sonst noch was? Neb. Verbesserung. Ausrüstung auf maximales Verbesserung. Ausrüstung auf maximales Verbesserung. Scheiße. Die Helden haben wir schon fertig. Was haben wir hier noch? Warentausch. Ressourcenhilfe. Und hier. Der Wunschpunkt. Komm, lass uns was wünschen. Haben wir ja schon gemacht. Feldzug. Nichts. Die Botschaft. Große Halle. Wir sind im chinesischen Königreich. Kristallkugel. Hm. Wollen wir ein Spiel spielen? Komm. Wir spielen ein Spiel. Wie gegen Holz. Was mit den anderen? Zweimal Holz. Ah. Schallspiel. Das war die Kristallkugel. Reliktenkarte. Okay. Glückstreffer. Freischalten. Ah. Muss man das kaufen. Krosshalber. Aber schon. Events. Ach. Teilen. Punkt. Eh. Hm ich. Drr. Ach. Oh, die sind schon wieder. Achso, das war der. Die 500. Haben wir halt hier weiter. Drache, Drache, Drache ist schon auf das höchste. Kapverwenden werden, um die Fähigkeit XP des Drachens zum 500 zu erhöhen. Die Fähigkeit. Oh, bringt mir nichts. Was haben wir noch? VIP. Ein Tag. Könnte ich jetzt auch 5 Tage machen oder 30 Minuten. Ich nehme mal 30 Minuten VIP. Was kann ich jetzt noch machen? Gratis. Fertig. Gebe ein Fertig. Und diese 4 gehen nicht. Königreich. Bin dabei. ... Das war's für heute. Ohne die Rüstung hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ohne die Rüstung hätte ich das 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 nicht geschafft. Das ist mein Talentpunkt. Ich bin ein Ritter deswegen. Wir haben die Rüstung gefunden. Zwei Sekunden. Schnell mal unten suchen. Da ist er. Ausrüstung. Perfekt. Okay was mache ich jetzt hier? Teleport. Schild brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. VIP haben wir gemacht. Erhöht die Marschgeschwindigkeit. Fügt allen Truppen 10% an. Aha aha. Level 10. Ich bin doch schon Level 10. Ach die Feste. Und da auch. Und da auch. Holz. Was ist denn das hier? Eisen. Ich habe da noch gar kein Eisen. Das ist ab Level 15. Öffne die beiden. Benutzen. Mit 6. Ah ich brauche 168. Und da brauche ich 100. Na gut. Besitz. Besitz. Stahl habe ich nicht. Bauarbeiter. Gut. Ja das war es ja eigentlich. Ich könnte jetzt nochmal anrufen meine Truppen. Schon mal neue Leute bauen. Was ist Level 2? Oder wenn hab ich es gemacht. 3. Gut. Gut 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 gut. Ah so Nerven. Alles Null. Auch alles Null. Ich kann nichts bauen, kein Material, Stahlfäcker und dieses, je nachdem was ich machen möchte. Ja, der baut noch 13,5 Stunden und wo wollt ihr hin? Ach, ihr stellt euch hier schon mal hin. Täglich für die Form. Halten. Zurückrufen. Infos. Na gut. Dann muss ich euch erwarten, das hat 4 Minuten, dann muss ich es nochmal los schicken. Also, ja, da brauche ich nichts mehr zu machen. Ich würde sagen, was war es denn für heute? Gut, 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 gut. Gut. Ich kann hier nichts mehr machen. Meine Dailys, kann ich nur fertig machen. Der baut hier noch und die sind gerade am Entwickeln. Forschung kann ich noch einmal los schicken. Forschung. Und dann wollte ich Entwicklung machen, dass die Forschung schneller geht. Eine Stunde schon. Gut, gut, gut. Ich würde sagen, das war es für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde mir jetzt mein Ticket abholen. Und dann muss ich auch gleich wieder loszuarbeiten. Das sieht auch gut an. Evolution 2. Aber wir haben das gespielt. Vielleicht ist ja das morgen dabei. Mal schauen. Wir werden es morgen sehen. Also dann, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.